Hi, heute gibt es ein neues Video, ich habe den Vati spontan überredet, wir machen eine What's in my mouse, in meiner Maus, was ist in meiner Maus-Zallenge? Vati fängt zuerst an, der ist dann nicht so kreativ, ich hätte auf Anhieb gleich 10 geile Dinge, die ich hier so... Und damit der Papa mehr Auswahl hat, weil ich denke mal einiges wird schon wegfallen, mein Erdmeer, alles, naja, wie auch immer, ihr kennt die Challenge alle, ich hole mal jetzt einen Augenbinder und dann geht es los, na? Und ich überlege mir, nachdem du deine Zimmer, überlege ich mir, tatsächlich, ob ich noch eine Stufe höher, je nachdem, wie möglich du mit mir bist. Ah, nein, ja. Hol mal eine Augenbinder, ja, so. So, ich habe dir Augen zu, ja? Ja. Warum spreche ich nicht so laut? Nein. So, wie es normal ist. So, Vati, du musst mir aber sagen, wenn es losgeht, ja? Ja, ja, ja. Oh, schlafen euch. Ich sage dir das. Das klappert. Du musst aber auch so das mit das hinbekommen. Ja, 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 alles gut. Ja, klappert was. Sei ruhig, sprich mal am besten über irgendwas. Ja, ich sehe nichts, ne? Und ich bin gespannt. Bin ich danach satt? Nein. Wer juckt? So, der erste Löffel. Mund auf. Mund auf. Ist nicht schlimm. Was ist das? Was ist das? Hast du mir Hustensaft gegeben oder so? Hast du mir Hustensaft gegeben? Nein. Klaas, das ist kein Hustensaft. Das ist kein Hustensaft. Was ist das? Das ist Hustensaft. Das ist kein Hustensaft. Ehrlich nicht? Nein. Hä? Kein Hustensaft? Das ist kein Hustensaft. Listerine ist es nicht. Was schmeckt wie Listerine? Hustensaft? Hä? Kein Hustensaft. Ehh. Hier, Bauchweh-Saft gegen Bauchweh. Das sind aber irgendwelche Tropfen. Irgendwas deswegen. Was ist das? Nicht gucken. Ach so, jetzt habe ich das fertig. Jetzt sind wir. Wo, was ist das? Zeig mir. Ach so, ich. Das war ein Hustensaft. Ach, Schnaps. Hey, wie schlecht ist es? Halb elf und ich fiel so ein Schnaps. Ey, das schmeckt wie Hustensaft. Schnaps, du bist aber nett. Hast du das alles gesehen? Nein. Also ich habe gesehen, dass da was steht. Aber ich habe... Doch, eins habe ich gesehen, Schatz. Scheiße, eins habe ich gesehen. Zitrone? Okay, dann kommt das weg. Ich habe mir noch eine Reserve stehen. Ich habe mir noch eine Reserve stehen. Was? Ja, ja. Ach, von Ema. So. Ich habe die Augen wieder zu. Nummer zwei. Aber immer gleich. Mit auf. Sicher schnell jetzt. Ja, ja, ja. Mit auf. Du hast es angepasst. Einfach süßes, oder? Ja. Ey, das ist so... So Gelatine-Zeig. Oh. So Weihnachts-Gelatine. Ja, das mag ich nicht. Das mag ich nicht mal Bier. Oder? Das mag ich nicht mal mein Kind. Du bist aber lieb mit mir. Jetzt kriege ich Schnaps, dann kriege ich sie. Oha. Ich mache mir Mascara verschmiert. Nummer drei. Ah, sieht man es nicht. Ah, was war das? Mund auf. Mund auf. Ah! Das Senf? Nee. Doch? Nein. Nee, das ist nicht scharf. Hä? Ist das, was du möchtest? Nein. Mit Senf? Nein? Gemisch ja, aber... Ja? Das ist was mit Senf? Nein, das ist kein Senf. Hä? Das war's mit Senf. Das ist kein Senf. Darf ich auf deine Zunge... Meine... Hä? Das ist doch Senf. Nein, das ist kein Senf. Dann ist es eine Senfmischung. Nein, auch nicht. Was? Weiß ich nicht. Darf ich das gucken? Mehr hätte ich. Das ist kein Senf. Na toll. Meine Mascara vollst du mir. Ja, so ist besser. Ja, so... Hey, nicht... Hörer. Hörer. Ich verkippe es hier. Ich verkippe das hier. Du verkippelst das. Oh. Ehrlich jetzt? Na klar. Hast du es verkippelt? Ja, warte. Mund auf. Mund auf. Ey, das riecht. Das riecht. Mund auf. Mhh. Hörer. Hörer. Ist das Koch hier? Oh nein. Das ist Koch hier. Nein, das ist kein Koch. Hörer. Was ist das? Oh, das riecht aber. Wie viel habe ich schon? Du hast jetzt zwei richtiger. Na, ich muss... Fünf kriege ich im Mund. Zwei richtiger und zwei verhalten. Wir sehen uns beim fünften. Oh. Na, das ist jetzt der letzte. Ah. So. Das ist auch irgendwas aus einer Glasflasche. Ich habe es gehört. Nein. Darf ich mal riechen? Nein. Mach mal zu. Ey, ein Kicke-Kringer. Puh. Das ist... Das ist das Zeug, was ich dir geschenkt habe. Das heißt... Das süßsauche, süß... Puh. Diese scharfe China-Sauce und Zeug. Woh? Ja. Samba-Sauce. Nössisch auch ist es nicht. Ey, was war das? Na, da habe ich mich verliebt. So viel heutezeit... So viel heutezeit... Nein. Drei habe ich. Drei auch noch. Oh, Zitronen sagt jetzt... Ja, nicht rum. Oh, das ist doch... Bist du fertig? Ja. Ja. Ich habe schon einen schönen Löffel vorbereitet. Oh Gott, ich saue hier bestimmt alles ein. Brauchst du was zum Trinken? Hm. Äh, wenn ich das... Ja. Ich habe mich so fast... So. Oh, du bist so unkriegt. Das ist ja schon mal... So, Schatz. Ha? Ja. Ja? Ah, ich trage mich auf den Hetzel. Was ist das? Warum hast du deine Nahrung wieder... Nee. Wie? Nee. Ist das Mehl? Ja. Mann. Da hast du aber jetzt erst mal zu tun gehabt, he? Nummer zwei. Eins, zwei, drei. Warum ess ich? Ey. Oh. Oh. Wieso ess du das? Buh. Oh. Nicht gut? Also, bist du Luder. Ich bin der Luder, ja? Oh. Eins, zwei, drei. Nein. Das ist doch ja, ne? Nee. Du bist aus dem Bild, warte ich mal mehr. Das riecht, was doch. Na komm, hau raus. Was, Müsli? Schwierig? Krostschwiebel? Ja! Kann man auch nicht wahr sein. So, Däubchen, ich hab mit dir was zusammen gerührt. Das ist ein bisschen grob. Oh, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das traue. Ob du dich nicht mehr präst. Das ist ganz schön viel. Na, dann mach ich nicht zu dir auf den Löwe. Ich krieg's ja nicht in deinen Mund. Eins, zwei, drei. Das bleibt. Das hängt in deinem Mund. Das ist sehr hart. Kann ich nicht essen. Weißt du was das ist? Ne. Das ist nicht schlecht. Willst du brechen gehen? Nein. Aushpucken. Aushpucken. Sahne. Sahne? Brokkoli. Ne. Was? Brokkoli. Ne. Das war ein Ei. Das war... Ruhe. Boah. Ne. Aber das beste... Das beste Leckerli kommt noch. Du bist nicht mehr ein Bild. Eins, zwei. Die Nase muss zu. Eins, zwei. Hops, das sah. Oh, das ist doch schade. Oh, das war schon drin. Ehh. Oh, ich krieg ja Lachfalten. Ähh. Zellerie. Zellerie. Ich guff doch ein Stück Zellerie. Was soll man damit machen? Ah. 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 Irgendwo. Ey, du hast alles erraten. Jetzt hast du dir angucken. Das Schmucke, was du so... Soll ich durchsuchen machen? Mhm. Ich glaube, du hast dir wollen. Und du hast du schönere Dinge von mir gekriegt, ne? Ja. Und deine Mascara ist nicht verschmiert. Oder ein bisschen. Oder ein bisschen. So. Kinders. Ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, wer jetzt nun fieser war. Ob das nun der Baba war oder ich. Ach, ich glaube ich war fieser, ne? Eindeutig. War ja auch mein Vorschlag. Ne? Aber es war schön, dass du wieder mitgemacht hast. Und die Leute freuen sich immer, wenn sie dich sehen. Siebt ein, der streitet in jedem Video. Du magst, Rolf. Ja? Ja? Das ist da. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Damit er weiß, dass er immer mal wieder sich von mir quält als ein Daumen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. guckst. Das war's für heute.